Herzlich Willkommen bei diesem Info-Video. Ich habe eine Aufnahme gemacht über Herzöffnung und Herzheilung. Diese Aufnahme werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nur für diejenigen zugänglich, die wirklich wahre Interesse haben, darüber etwas erfahren. Dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt den Link dazu. Dieses Video ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung at denderasusannamedici.com Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Ich habe gesagt, diese Aufnahme ist kostenlos. Das Thema ist Herzheilung und Herzöffnung. Bei Herzheilung geht es nicht um den gesundheitlichen Zustand, sondern wenn etwas weh tut, was könnt ihr machen, das euch besser geht. Und bei Herzöffnung, was könnt ihr tun, dass ihr offener seid für die liebe Partnerschaft, aber nicht nur ihr selbst, sondern was könnt ihr bewegen, dass euren Partner, Wunschpartner oder Partnerin bereit ist über Gefühle zum Sprechen, aber nicht nur Sprechen, sondern das auch zeigen und auch annehmen. Immerhin ist es ein Geben und Nehmen. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für die Interesse.